der seite ja hallo maus oder da geht ja untergrund stimmt da unten ist ja auch so ein ding ja so richtig das nicht stimmt es war sind viele was war das für ein großes ding ach ich dachte da fliegt ein wahl oder so das ist ein schatten von einem fisch einen großen fisch aber das war er man lasst mich in ruhe ich werde nur zum transporter wo geht es hier runter das loch ist weg die haben das loch zugestopft hier war doch mal ein abgrund da hinten was ist denn mit dem orientierungssinn passiert ich glaube da sind ein paar schaltkreise durchgebrannt alle hier bin jetzt weg wo ist denn nein es ach ja ich dachte gerade habe ich gerade überhaupt nicht verstanden warum er auf einmal wieder weg war hoffentlich können wir uns überhaupt zu den teleportieren weiß ich jetzt gerade gar nicht zum widerstandslager können wir wieder ja paskelsdorf können wir nicht wie mir gerade schon irgendwie gedacht im nachhinein da gucke ich mal auf der karte was ist denn der nächste punkt kartenmodus dahin müssen wir ne ist es das ist paskelsdorf ach stimmt das teil wird glaube ich noch nicht angezeigt oder das ist doch nicht das dorf dorf waffenstock da ist das dorf paskelsdorf äh ja wir teleportieren uns ruinen stadt nahe turm ich hoffe mal von dort aus kommen wir dahin jaja ist wieder mit dabei nur ne kurze zeit mussten wir warten bis er sich wieder erholt hat ein paar reparaturen da ein bisschen da ja ja ein bisschen wieder auffrischen gut dann können wir ja jetzt aufräumen jetzt werden die auch noch angriffen eieieieiei und wo sollen wir danach hin in der wüste obwohl da sind nicht so viele ähm da hinten ja stimmt da hinten ist der durchgang wow 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 okay ist ja gut ist ja gut ich schieße die ich schieße mir mal den weg frei was macht der denn auf einmal hier tschüss die kugeln sehen aber auch immer aus das sieht aus als wenn die kugeln irgendein tor zu einer anderen dimension was ist denn hier ja die wollen ja durch ok ok ja die machen wir jetzt erst mal fertig wir hatten aber schön raus ok es geht so den haben wir lag ist er gerade aus als lag nein er ist da auf dem boden pennen und angriff zack oh ausweichen ausweichen yes so hier draußen ist schon mal frei oh doch nicht ich nehm's zurück wow 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 kommt der jetzt hier auf uns zu oder was oh hör mir auf du ich hab ihn aber ansiedsiert oder ja ich hab ihn ansiedsiert ok er befindet sich ziemlich weit weg sollen wir jetzt gegen ihn kämpfen ich seh er noch nicht mehr als eine hp anzeige ich glaub jetzt ist er wieder weg nein da ist er da fällt was runter ja was ist das denn der ist runtergefallen angriff 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 wow da kommt es wieder aus dem boden raus hier hab es anvisiert was auf einmal oh die hälfte schon was passiert denn jetzt ah der war zu weit weg ah wenn er zu weit weg ist löst sich das anvisieren aus der kommt doch gleich wieder hier aus dem boden ja ich wusste doch dass der direkt runter mir rauskommen würde der musste mal wieder runterfallen wir ziehen aber immer wieder zwölf zwölf schaden machen wir ja es fällt wieder runter warte mal podprogramm aktivieren yes was ist das denn für ein gegner ey haben wir ihn noch nicht ganz ne ne da ist er yo jetzt ist er aber zerstört yes ja ich denke die unit presiding over them may have gone mad it's eve it's gotta be if we destroy this presiding unit will it stop the rest most likely yes pod i need you to locate eves current position location has been detected and placed on map we'll take care of eve you just worry about keeping the village safe okay ach das war's okay gehe zum zentrum der ruinenstadt oh okay hier den weg könnten wir wieder freimachen aber ich glaube nicht von der seite ne von der seite geht es glaube ich gar nicht sonst hätten die anderen das ja hier machen können ruf nochmal an und sagt sei vorsichtig und nochmal jetzt reicht aber mal oh oh das ist er okay man ey der will einen richtig mitleid oder was auch immer der da will der sagt ganz halt mein bruder mein bruder als wären wir hier die blutrünstigen monster gewesen die den abgeschlachtet haben der typ war doch irgendwie verrückt oder nicht also man oh hier unten was ist da denn jetzt los was ist denn jetzt was ist das für ein geräusch hallo okay wir sind da was sollen wir tun was ist das ach da ist er ja was 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 okay was 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 we gemeint, dass ich gesagt hab, fucking selbst. Okay, das war gemeint. Das nehme ich zurück. Entschuldigung. Aber trotzdem. Komm her. Oh, wow. Aber viel AP hat er da irgendwie nicht, ne? Also... Nix da. Das kannst du knicken. Jetzt haben wir den Kampf gegen ihn. Podprogramm aktiviert. Oh, 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 oh. Das ist ein Treffer. Und er hat wieder nicht getroffen. Komm, ich geb dir jetzt noch die Chance, darüber zu reden. So, oh, zack. Podprogramm ist wieder bereit. Los geht's. Oh, 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 ja, ich konnte mich nicht bewegen. Geht schlecht. Oh, was ist denn jetzt los? Ähm, das ist neu. Das ist neu. Da muss ich mal ganz kurz... Ein Moment, ich bin gleich oben. Ein little Moment noch. Wow, 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 wow. Ich seh nix mehr. Ich seh nix mehr. Da. Bleib stehen. Ach, diese Aufzüge hier, ne? Ach, ich bin drauf. Wo bist du? Da. Du bist ja noch höher. Ja, einen Moment. Ich seh kaum was. Hier ist alles sandig. Da muss ich drauf. Da muss ich drauf. Und? In dem Moment greifst du mich an. Ernsthaft? So, jetzt. Dann auf den nächsten. Oh, wir sind oben. Weh, du kickst mich runter, ne? Podprogramm. Nein! Und ich hab das Podprogramm sowieso wieder deaktiviert. Das ist mies, dass der uns runterkicken kann. Das ist, das ist eine böse Taktik, du. Sei doch ein richtiger Kämpfer. Hier. Faust zu Faust. Nicht da oben auf mich Müll runterwerfen. Der wirft echt mit Müll auf uns. Hör mal. Ausweichen jetzt. Komm. Ja! Podangriff. Ja, genau so. Ja, ich konnte mich grad nicht bewegen. Wow. Oh, jetzt will er wieder von hier unten angreifen. Und? Komm, von oben. Angriff. Boom. Yeah. Oh, ich muss mal eben... ein bisschen regenerieren. Wow, das sind große Arme. Das sind große Arme. Okay, regenerieren tun wir. Ich könnte natürlich auch einfach eine Erholung nehmen, aber... So kann man sich ganz kurz mal wieder sammeln. Oh. Was macht der denn jetzt? Oh. Da brauchst du ein paar längere Arme. Oh, wow, wow, wow. Ach, jetzt macht er das schon wieder. Der regeneriert sich? Der regeneriert sich? Aber wie schnell? Nein. Ernsthaft? Ernsthaft? Wie mies. Okay, wir müssen ihn beschützen. Ah. Er schafft das. Nein, er schafft das. Wenn er es sagt, ich kann ihm glauben. Ich vertraue ihm. Kannst du knicken mit der Fähigkeit. Da musst du schon einen Moment abpassen, wo ich nicht drauf auffasse. Okay, man sieht jetzt, glaube ich, diese Anzeige. Wenn die voll ist, hat einer erst, glaube ich, was erreicht. Ah, bin jetzt im falschen Moment gesprungen. Okay. So. Jetzt kriegst du mal richtig wieder einen reingedrückt hier. Ausweichen. Oh, jetzt sehe ich gerade echt gar nichts mehr. Oh, er steht einfach nur noch rum. Ausweichen. Oh, wenn wir einmal in der Kombo drin sind, wird das ausweichen. Ziemlich heftig. Oh, ist gleich voll, oder? Ja. Könnt sich so langsam beeilen. Seine HP gehen runter. Und nicht, dass er gleich wieder regeneriert. Boah, gehen die jetzt runter. Komm, komm, 9S. Er hat es gleich geschafft. Er hat es gleich geschafft. Yes. Er hat es vom Netzwerk getrennt. Krass. Wow, das Schwert ist kaputt. Ah, und, und. Typisch geht es noch gut. Okay. Komm schon, du schaffst das. Unsere Gegner, die geben echt nie auf. Finde ich nicht schlecht. Und womit greifen wir jetzt an? Mit unserem Dolch, oder was? Na doch. Ach so, geht noch. Okay. Okay, alles noch gut. Wow. Wow. Die Dinger kann ich nicht mit unseren Schüssen blocken. Hallo, können wir den mal anvisieren? So. Dagegen muss ich schlagen. Wow, wie das immer ausschaut. Oh, wenn die Dinger auf einen zukommen. Ah, der hat die Hälfte. Okay. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Da kannst du gar nicht ausweichen. Ja, nee, ist klar. In dem Moment trifft er. Ich muss schon mittlere Erholung... Ja, durchgelaufen. Ich muss schon mittlere Erholung nehmen, da wir einfach sehr viel HP haben. Oh, Mann, ey. Okay. Warum funktioniert das Draufschlagen nicht mehr bei den Dinger nochmal? Äh, hier kann ich durchlaufen. Oh, das war aber jetzt ein schmaler Gang. Oh, ich gehe einfach weiter weg dann. Das Problem ist, wenn ich weiter weg gehe, jetzt greife ich nicht mehr so oft. Dann kriegt er weniger Schaden. Auf Dauer. Wow. Okay. Mach's nochmal. Jetzt habe ich doch rechtzeitig geschlagen. Aber ist ja nicht schlimm. Wir haben eine Menge zum Heilen. Ich will nur einmal diese Kugeln zerschlagen. Mach das mal bitte nochmal. Und? Hä? Ich schlage halt immer zu spät. Komm, mach nochmal. Okay, die treffen sowieso nicht. Okay, da hatte ich jetzt Glück, dass ich durchgebrochen bin. Ich kann mit meinem Schwert die Kugel irgendwie nicht mehr abblocken. Wow. Ich könnte versuchen heranzugehen, um das POP-Programm zu... Jetzt komm. Nee, ich kann's echt nicht blockieren. Und dann weiche ich mal ein bisschen mehr aus. Das geht ja auch. So, ausgewichen. Nur mich hat's irritiert, dass wir nicht draufschlagen können. Okay, okay, okay. Das bringt dir nichts. Oh, wo will der denn jetzt hier hin? Wow. Ha. Bin noch drunter gelaufen. Sehr gut. Jetzt das POP-Programm ab. Oh, nein. Nein, nein, nein. Ja, das trifft. Das trifft. Oh, yeah. Wenn wir genau drunter stehen, trifft das. Das hat gut gesessen. Wow. Was war das? Komm, Tobi, reiß dich zusammen. Knarkampf nicht mehr möglich. Oh. Sag mir doch Bescheid. Alter, wie stark ist der? Ich kann nicht mehr laufen. Ich kann mich nur noch heilen. Ey. Ey, was ist das? Was hat... Was... Ach so. Oh, das ist... Oh, was? Das ist ja richtig heftig. Wir können kaum noch was machen. Aber wir haben jetzt eine riesige HP-Anzeige, oder? Ja, wir haben eine riesige HP-Anzeige jetzt plötzlich. Ah, das sollte nicht treffen. Ah, der trifft trotzdem. Kannst du knicken. Wieder vollgeheilt. Ah, wir können kaum noch ausweichen. Wir müssen da heran, damit wir Schaden machen. Zum Glück haben wir so viele Erholungen, ey. Wie... Wie froh ich bin. Okay, ich versuche gleich mal auszuweichen. Ah, da ist es schwer auszuweichen. Einfach nur nach rechts laufen. Komm schon. Boah, da finde ich keine Lücke, du. Aber läuft gut eigentlich. Läuft eigentlich ganz gut. Nein, kannst du knicken, kannst du knicken, kannst du knicken. Was ist eigentlich mit 9S? Bei dem funktioniert auch nichts mehr. Glaube ich. Der schießt noch nichtmals mehr drauf. Aber er ist auch die ganze Zeit am... Pulpern, am Stuhlpern. Komm, 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 komm. Wir haben ihn gleich. Was? Wow. Das war irgendwie brutal. Ach. Ja. Oh, was ist denn mit 9S los? Ähm... Ich bin wirklich verabschiedet. Was ist denn jetzt los? Oh nein. 9S. Please do me. I want you... To do this... For me. Oh, was ist denn mit 9S? 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 Oh, was ist denn mit 10S? Oh, was ist denn mit 10S? Oh, was ist denn mit 10S? Nicht schön, nicht schön, nicht schön, nicht schön.